Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube Channel. Heute zeige ich euch den Stumble Pass und viele neue Skins. Let's go! Also zuerst mal hier den Stumble Pass. Den habe ich schon ein bisschen angefangen, weil sonst konnte ich ihn nicht ganz durchkaufen. Also wir sehen hier zuerst mal legendäre Skins, Stumble Tokens, eigentlich alles ziemlich normal. Und dann hier welcher Special Mode wohl kommt. Es wird jetzt gezeigt. Zuerst mal ein Apokalypse Special Skin. Aber ich denke, ich mache zuerst mal alle Sachen. Die Drehungen machen wir dann später. So, zuerst alles holen. Oder machen wir sie einfach jetzt. Kurz. Da fehlen eh noch ein paar Skins. Also. Let's go! Direkt Duplikat. Holen. Natürlich wollen wir danach auch am Epischen Rad drehen. Und alle Duplikat Chants verbrauchen. So, zuerst mal. Okay, Epis Duplikat. Eingesagt. Sport Animation. Token. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Neue BH-Auflussabdrücke. Das ist auch Sport Animation. Alles mitnehmen. So. Hier hat es auch neue Fußabdrücke anschauen. Neue Emote. Neue Sport Animation. Neue Animation. Neue Animation. So. So. Wir hoffen natürlich auf gute Skins. Die wir noch nicht haben. Oder schon haben. Dann einfach neue Gems. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein freshes Skindulikat. Was ich aber nicht hoffe. Dann hätten wir viel zu viel. Das liegt uns. Schon gedacht. Ich kriege einen. Leider war nichts. Also. Weiter geht's. Wir sehen uns dann, wenn wir fertig sind. Und. Bis dann. Aber wie hältst du am Tablet? Er auf dem Handy meine ich. So. Jetzt geht's weiter. Mal sehen. Ich habe jetzt 245 Iren. Mal schauen. Vielleicht klicken wir sogar den Kick-Special Emoji. Wir drehen mal einmal. Hm. Ach. Animation. Selfie. Kann man auch nicht mehr drehen. Aber jetzt. Alter. 230. 236. Das geht. Hey. Wot. 236. Okay. Dann machen wir mal ein Papier. Gut. Gut. Zuerst mein Duplikat. Dann direkt weiter. Ich schalte jetzt das. Wer ist? Duplikat. Ein Duplikat Special Skin. Ein Duplikat. Genau das hat mir gefehlt. Ein Duplikat. Und ein legendäres Duplikat. Ach. Jetzt gibt's ein grosses Opening. Hilfe. Ein Duplikat. Wer hat das schon mal gehabt? So, einen neuen Skin ist eigentlich ganz okay. Dann drehen wir gleich nochmal, wir sehen uns dann bei den Erhebnissen. So, eins, zwei, drei neue Skins, mal die nächste bringt. Habe ich drei ja. Also, 521. Oh, warte, genau. So, wir sehen uns wieder bei den Erhebnissen. So, sogar noch ein neuer Legendärer Skin ist dabei, wie oft kann ich noch drehen? 326, das rechte halt nicht ganz für 350, für 315 reicht es. Also, wir sehen uns wieder bei den Ergebnissen.